Hallo meine lieben Post-Padawan-Personen und willkommen zu Lego Star Wars Nummer 95. Yep, wir sind bald bei den 100. Ich bin gespannt, auch das kommt dieses Jahr noch. Bei Ninjago war es glaube ich, na was Ende letzten Jahres, nee es war auch Anfang dieses Jahres. Aber Lego Star Wars wird da auch hinkommen. Jetzt sind wir erstmal bei der 95, die so aussieht mit Obi-Wan Kenobi. Und Obi-Wan Kenobi, außerdem Obi-Wan Kenobi. Hier ist kein Obi-Wan Kenobi, aber hier ist ein Darth Vader. Ja, auch kein Obi-Wan Kenobi, aber dafür ist hier noch ein Anakin Skywalker, den wir auch mehrmals. Hier ist ein Luke, da ist Rex, Finn, Yoda und hier ist auch kein Obi-Wan Kenobi. Auf den Postern, wir haben nämlich wieder Postern in der Mitte, natürlich haben wir das einmal. Grogu und der Mann da, also Gin. Was sagt er da unten? Das Abenteuer wartet. Okay, der sieht sehr sehr juvenile aus, der Grogu. Selbst für Grogu. Okay, und dann haben wir noch ein Klontruppenposter aus der Propagandaabteilung des Imperiums. Wunderbar. Wenn ihr den Klontruppen noch nicht beitreten wolltet, nachdem ihr dieses Poster aufgehängt habt, wollt ihr es. Wir haben ein super Comic. Wobei ist ganz lustig, absolut goofy Sturmtruppen. Und im zweiten Comic natürlich Obi-Wan, aber nicht diese Minifugur von Obi-Wan. Die kommt definitiv in der ganzen Heft nicht vor, außer halt bei der Beilage, aber na gut, nah genug. Obi-Wan ist drin, das muss dann auch mal reichen. Und ansonsten, ihr kennt das, die letzte Comic-Spiele und diese Sammelkarte von einem breakdancenden R2-D2. Okay, oder ist es von der Banane ausgerutscht? Eines von beidem. Aber ich will lieber glauben, dass es Breakdance ist, denn den Bananengag, den habe ich hier schon viel zu oft verwendet. Also, Breakdance und Obi-Wan. Ich glaube, das zweite Mal, dass wir im Heft eine Obi-Wan-Minifigur haben. Schauen wir uns das mal an. In der Vorschau sah es so aus, als hätte er wieder dieses komische Funkgerät an der Schläfe. Wie beim letzten Mal. Und das würde wenig Sinn machen mit der Kappe. Schauen wir doch mal. Wir haben von hinten Obi-Wans. Oh ja. Das sind definitiv unterschiedliche Köpfe. Hier vorne drauf. Und hier ist der mit dem... Und der hat hier auch Haare. What? Haben die irgendwo mit in der Produktion entschieden, eine andere Figur zu nehmen? Das würde sehr, sehr vieles erklären. Seltsam. Naja. Wir haben kurz noch eine Set Nummer. Die 9123 05. Keine traurigen Zwiebeln, aber jede Menge Text drauf. Und Papier, das sich so anhört, wenn man es aufkommt. Das ist der Moment, in dem ich die Tüten genieße. Und wir haben... Welchen haben wir? Oh, wir haben... Ah, wir haben beides. Wir haben die Kappe und wir haben Haare. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Leider haben wir... Achso, er hat auch beide Gesichter. Okay. Er hat ein Gesicht ohne Funkgerät. Und er hat ein Gesicht mit Funkgerät. Okay, das... Oder Headset. Okay, jetzt macht es wieder halbwegs Sinn. Wieso da unterschiedliche... Das ist jetzt nicht so, dass das falsche Gesicht hier irgendwo drauf wäre. Sondern er hat ganz einfach zwei Gesichter. Und die haben unterschiedliche Gesichter für die beiden Bilder hier benutzt. Aber vom selben Kopf. Okay. Okay. Kann man natürlich machen. Muss man da erstmal drauf kommen. So, wir haben erstmal den Körper... Machen wir das Gesicht noch drauf. Oder den Kopf sogar. Den ganzen Mitgesicht. Ne, die Jedi-Roben. Die sich hier sehr schön durchziehen. Auch wenig Trennung zwischen dem... Der Hüfte und den Beinen. Das ist gut. Das ist manchmal schon deutlich deutlicher. Hier die Trennung. Natürlich ist eine kleine Trennlinie. Das ist nicht komplett bis an den Rand bedruckt. Aber es ist nah genug, dass es immer noch gut aussieht. Haben wir von hinten noch ein bisschen Falten am Mantel. Okay. Und das ist so hässlich mit dem Ding im Gesicht. Sorry. Ne. Vielleicht für Cyberpunk-Leute oder so. Aber ne. Und dann haben wir jetzt zwei Optionen. Wir können ihm einmal die Jedi-Kappe geben. Die Kapuze hier. Sehr schön geformt. Auch mit... Nicht einfach nur glatt, sondern Falten drin und so weiter. Sehr schön. Geht auch schön tief über die Schultern. Das gefällt mir das Teil. Oder wir können ihm auch einfach nur Haare geben. Das deckt den Kopf ebenfalls ab. Also das zweite Gesicht komplett weg. Und dann haben wir ihn halt. Aber ich finde, das hier ist jetzt gerade spannender. Weil diese Kappen, die Kapuzen von den Jedi, die kriegen wir nicht so häufig. Sehr, sehr schön, dass die diesmal dabei ist. Das war in der Vorschau, glaube ich, auch nicht zu sehen. Da war der mit den Haaren auch. So. Jetzt noch den Lichtschwert zusammenbauen. Richtig rum. Nicht, dass ich hier noch fiese, fiese Fauxpas begehe. Und dann kann er Licht rumschwerten. Gegen Darth Vader oder gegen wen auch immer. Wobei, der ist noch zu jung für, gegen Darth Vader. Der muss noch gegen Anakin ohne Rüstung kämpfen. Oder ganz frisch in der Rüstung. Und dann haben wir hier immer so ein Haarteil noch übrig. Also entweder ein Haarteil oder eine Kapuze. Das ist ein ganz brauchbares Haarteil. Und die Kapuze finde ich auch klasse. Wenn da ein paar Jedi noch übrig sind, die irgendjemand noch bauen will oder auch mit Kapuzen ausstatten kann, kann man auch fünf davon nehmen. Gut, das wird wahrscheinlich teuer bei den Heften. Aber die ist cool. Definitiv schön, dass wir mal beide Versionen bekommen in einem Heft. Das ist tatsächlich ungewöhnlich und gefällt mir sehr gut. Vorbildlich kann man weiter so machen. Kann man definitiv weiter so machen. Mal gucken, wie die weitermachen. Die machen weiter bei Lego Star Wars mit. Keiner Minifigur, sondern einem Y-Wing. Den gibt es am 20. Mai. Und ansonsten geht es bei den Heften weiter am Dienstag mit Lego Minecraft. Und ja, ich weiß, ich bin hier einen Tag später. Aber das hatte ich ja schon vorher angekündigt. Ich war samstags nicht hier, sondern auf einer Klausurtagung. Deswegen musste ich das heute nachholen. Und das Video von heute kommt dann morgen. So ist es. So wird es sein. Ich sage bis dahin und viel Spaß beim Bauen.